Also im trockenen Hungerstreik geht es dann rapide körperlich mit einem bergab, von Stunde zu Stunde, was vielleicht vorher von Tag zu Tag war. Also bist du bereit zu sterben? Das wird heute keine normale Follow-Me-Reports-Folge. Wir sind im Regierungsmittel und am 30. August sind hier sieben junge Menschen in den Hungerstreik getreten. Heute ist Tag 25. Einer hungert immer noch, die anderen mussten aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Meine Werte waren ziemlich schlecht. Ich war ziemlich stark unterzuckert. Es ging mir schon körperlich echt richtig, richtig schlecht. Ich will heute wissen, was wurde oder wird mit dem Hungerstreik erreicht? Würden Sie es wieder machen? Wie geht es Ihnen? Und eure Fragen habe ich natürlich auch dabei. Herzlich willkommen bei Follow-Me-Reports. Also hier ist das Camp und da ist Hannah, die Pressesprecherin. Hallo. Hi, ich bin Aminata. Hi, ich bin Hannah. Seit wie vielen Tagen seid ihr hier? Also wir sind jetzt heute im 25. Tag. Wir haben auch dieses Board da vorne, um selber den Überblick nicht zu verlieren. Auf jeden Fall waren hier am Anfang sieben Leute, die beschlossen haben, in den Hungerstreik zu treten, weil alle der Meinung waren, dass die Klimakrise unfassbar gefährlich ist und unfassbar dringend und auch noch viel dringender, als viele Leute bis jetzt einsehen. Wir hatten ja ursprünglich zwei Forderungen von dem Hungerstreik. Einmal, dass es ein Gespräch gibt mit den drei Kanzlerkandidatinnen, also Laschet, Scholz und Baerbock. Und die zweite Forderung war die Einrichtung von dem Bürgerrat, der dann über Maßnahmen entscheidet. Und jetzt sind wir halt einen Tag davor, eigentlich nur noch einen halben Tag und die haben halt immer noch nichts zugesagt. Und Henning hat aber die Entscheidung für sich getroffen, dass er heute Abend immer noch wartet auf die Kommen. Und wenn die nicht kommen, will er auch aufhören zu trinken. Also das nennt man dann trockenen Hungerstreik. Wir werden noch mit Henning selber sprechen, soweit es geht, dann werdet ihr das von Henning selber hören. Zeig mir mal, wie ihr es euch hier zurecht gebaut habt. Ja, hier sind die Toiletten, die wir natürlich brauchen. Also wir sind jetzt alle seit 25 Tagen auch wirklich durchgehend hier. Hast du dich vorher mal gefragt, ob du auch hungern möchtest? Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich es auch mache, aber es ist halt mega die individuelle Entscheidung, ob man sich dafür bereit fühlt. Und irgendwie habe ich mich da nicht so gesehen. Und dazu kommt halt noch, dass ich von früher schon so ein bisschen Erfahrung hatte mit Pressearbeit und so. Und dann halt einfach das Gefühl hatte, ich bring mehr in die Gruppe rein, wenn ich da an der Stelle helfe, als wenn ich halt noch eine Person bin, die zusätzlich hungert. Waren die Hunger denn alleine immer einzeln in Zelten? Also manche hatten dann einiges Zelt, manche haben sich eins geteilt. Aber ist es nicht auch gefährlich dann, wenn die nachts irgendwie alleine sind oder so? Das Problem war eigentlich immer eher beim Aufstehen. Es hat so ab Woche zwei ungefähr angefangen, dass die Leute halt ganz langsam aufstehen mussten, weil ihnen sonst schwarz vor Augen wurde und so. Und da hat dann immer, ist dann immer jemand gekommen und hat sie bei unterstützt. Langsam wird es für Henning schon kritisch. Und jetzt ist er aber auch die ganze Zeit halt in Begleitung und unter Überwachung. In ärztlicher Begleitung auch? Ja, also wir haben auch ärztliche, die regelmäßig kommen. Hast du denn vor den anderen gegessen? Theoretisch gibt es dieses rot-blaue Zelt da, wo halt die ganze Zeit sind. Essenssachen drin waren und wo wir auch zum Essen immer reingegangen sind, damit die, die Hungerstreiken das nicht sehen müssen und so. Ah, shit, jetzt werde ich gerade angerufen. Vielleicht sehen wir uns später noch. Vielen Dank erstmal. Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt Zeit mit Henning zu sprechen. Der hat 10 bis 15 Minuten Zeit, hat er gesagt. Und ja, dafür setze ich mir eine Maske auf, weil sein Immunsystem ja auch sehr geschwächt ist. Hi, ich bin Aminata. Kann ich mich hier zu euch zu dir setzen können? Ja, sicher. Seit wann bist du im Hungerstreik? Seit über drei Wochen. Wie fühlst du dich? Ich kann nicht gut schlafen, mir ist die ganze Zeit kalt und es ist anstrengend. Ich hatte vorher noch nie mehr als einen Tag nichts gegessen und trotzdem ist halt auch klar, das Ganze hier mache ich mit einem Grund. Und während mein Körper sich aus sich selber jetzt ernährt und von Tag zu Tag schwächer wird, ich verliere mittlerweile ziemlich viel Gewicht jeden Tag, wenn ich mich wiege hier, weiß ich auch, wofür wir das Ganze machen. Was macht es mit dir, dass du quasi freiwillig hungerst? Ich fliege nicht, ich esse kein Fleisch und so weiter. Das reicht nicht, um die großen Veränderungen, die wir brauchen, anzuregen. Und deswegen ist das hier ja ein politisch aufgeladenes Statement vom Hungerstreik. Bisher gibt es von den drei KanzlerkandidatInnen das Angebot, nach der Wahl und im Privat einzeln mit uns zu reden. Das halte ich für so respektlos der jungen Generation gegenüber. Ich finde es respektlos, dass die Kanzlerkandidaten dir ein Einzelgespräch anbieten. Ich finde es respektlos, weil es geht hier nicht um mich. Unsere Forderung ist nicht, dass sie mit uns reden. Von Anfang an ist die Forderung, dass die junge Generation ernst genommen wird und die Situation ernst genommen wird. Du handelst jetzt auch weiter und wirst aus dem Hungerstreik einen trockenen Streik machen. Was heißt das? Na, gerade trinke ich hier noch Tee und Wasser, habe mir ein paar Mineralientabletten eingeworfen und ein bisschen Salz, sonst nichts. Und dann werde ich, wenn es tatsächlich so weit kommen muss, auch die Flüssigkeit absetzen. Also im trockenen Hungerstreik geht es dann rapide körperlich mit einem Bergab, von Stunde zu Stunde, was vielleicht vorher von Tag zu Tag war. Also bist du bereit zu sterben? Ich möchte nicht sterben, ich möchte das Leben schützen. Und ein paar Tage vor der Wahl darf es doch nicht zu viel verlangt sein, dass wir einfach nur unseren Mund aufmachen, dass es gerade schiefläuft. Es gibt ja auch Leute außerhalb des Camps, die solidarisch mit euch mitgehungert haben. Was sagst du dazu und inwiefern habt ihr da auch vielleicht Verantwortung? Wir rufen nicht dazu auf, dass Menschen in den Hungerstreik treten und wir sagen ganz bewusst, das ist eine riskante Aktionsform. Die kann man nicht einfach so beginnen und darf die nicht unterschätzen. Ihr habt ja zu siebt begonnen hier im Camp und mittlerweile bist du der Einzige, der noch hungert. Gab es für dich mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich höre auf? Also ich habe nicht gewusst, was es für mich bedeuten würde zu hungern. Aber ich bin durch alles, was bis jetzt gekommen ist, durchgekommen und es wird so weitergehen. Vielen Dank dir. Tschüss Henning, alles Gute. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie weit ihr für eure Überzeugung gehen würdet. Erstmal muss ich sagen, fand ich es richtig krass, als wir ins Zelt reingekommen sind und Henning sah wirklich sehr krank und schwach aus. Ich war ein bisschen schockiert, ich habe damit nicht so gerechnet, ehrlich gesagt. Gleichzeitig war ich sehr erstaunt darüber, dass er noch so kraftvoll gesprochen hat und man dadurch auch wirklich gemerkt hat, es geht ihm um die Sache und er kämpft dafür. Ich finde es krass, dass er das noch weitermacht. Aber ich hoffe, dass sich keiner von euch irgendwie das als Beispiel nimmt und denkt, dass das der richtige und einzige Weg ist. Ich treffe jetzt noch Mephisto. Mephisto hat auch gehungert, aber hat den Hungerstreik bereits beendet. Wieso und wie sie sich fühlt und fühlte, das will ich jetzt wissen. Und ich habe gehört, sie ist in diesem Produktionszelt. Hi, Mephisto, kann ich mal mit dir sprechen? Ja, ich komme. Du warst auch im Hungerstreik, ne? Genau. Wie lange hast du gehungert? Ja, ich habe 20 Tage insgesamt gehungert. Hast du schon von Anfang an deinen Freunden oder Familie davon erzählt, also als die Idee so entstanden ist? Äh, nee. Also als die Idee so entstanden ist, hatte ich da auch ein bisschen Angst vor. Dann habe ich halt erst so meiner Mutter, die ja weiß, wie ich politisch aktiv bin, auch meiner Schwester, und zuerst nur so gesagt, ja, also da gibt es so Menschen, die überlegen, in den Hungerstreik zu treten, was ist denn so eure Meinung dazu? Und wollte das halt mal so dadurch so ein bisschen so abfragen. Was haben die gesagt? Ähm, das war eher so kritisch. Wie waren denn dann die 20 Tage für dich? Ich konnte halt abends nicht richtig schlafen, weil mein Bauch so weh tat. Und du hast halt diesen Gedanken an Essen, der ist so präsent. Immer. Du stehst auf und denkst an Essen, du willst die ganze Zeit nur essen. Und das ist halt richtig schlimm. Und da hatte ich auch so Stimmungsschwankungen, dass ich halt mich einfach jeden Tag bestimmt so zwei Stunden mein Zelt zurückgezogen habe, einfach nur geheult habe. Und war einfach nur komplett verzweifelt und dachte, dass es auch alles gar keinen Sinn macht, was ich hier mache und so. Hast du dir am Anfang ein Ziel gesetzt, bis wann du fasten willst? Ja, also ich habe mir am Anfang gesagt, dass ich halt in den unbefristeten Hungerstreik gehe. Das heißt, ich mache das so lange, bis unsere Forderungen erfüllt werden. Habe mir aber auch gesagt, dass ich, wenn ich im Krankenhaus lande, wieder anfange. Meine Werte waren ziemlich schlecht, ich war ziemlich stark unterzuckert, es ging mir schon körperlich echt richtig, richtig schlecht. Und dazu ging es mir auch psychisch immer schlechter. Und dann ist Lina, so meine engste Freundin hier, mit der ich auch schon ganz schön lange Aktivismus mache, ist dann halt am Samstag umgekippt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Und das war dann für uns beide so ein Punkt, wo wir gesagt haben, so ey, wir halten es hier beide nicht mehr aus, unsere Grenze ist erreicht. Wir fragen immer vor unserer Community, ob sie Fragen haben und da gab es auch viele Kommentare dazu, dass sie es bekloppt finden, sag ich mal, was ihr hier macht. Wie gehst du damit um oder was sagst du dazu? Also es war vor allem am Anfang, als generell noch nicht viel Feedback zu der Aktion reinkam und dann vor allem viel Negatives, war es halt schwierig, weil ich viel von dem negativen Feedback auch verstanden habe. Welches negative Feedback hast du davon verstanden? Vor allem dieses Feedback mit, ey, ihr seid alles weiße, privilegierte Menschen, die in Deutschland leben und ihr geht dahin und hungert, obwohl überall auf der Welt Menschen wirklich am Hungern sind. Wie könnt ihr das mit euch vereinbaren? Aber was ich dagegen halt immer nur so sagen konnte und wie ich das dann mit mir vereinbaren konnte, war halt, weil ich weiß, was ich hier für ein Glück habe, in Deutschland zu leben und aus der Familie zu kommen, aus der ich komme, muss ich halt mit diesem Wissen, auch dass ich diese Privilegiertheit habe und in der Lage bin, was zu machen und auch in der Lage bin zu protestieren, das halt irgendwie nutzen. Hast du dann an Menschen gedacht, die tatsächlich nicht essen können? Total, das war auch voll belastend. Wir haben dieses Privileg, wir können jetzt einfach wieder anfangen zu essen, aber da draußen gibt es so viele tausende Millionen Menschen, die können das einfach nicht. Und das liegt daran, wie wir hier in Deutschland leben. Wie finanzierst du dir deinen Aktivismus oder dein Leben? Klar, ich bekomme halt Geld von meinen Eltern, das Glück habe ich, das Glück haben auch nicht alle hier. Das Hungerstreikcamp haben wir halt eigentlich primär durch Spenden eigentlich alles finanziert. Kannst du dir schon vorstellen, wie deine nächsten Jahre verlaufen, dass wirst du lang weiter aktivistisch agieren? Also ich werde auf jeden Fall weiter auf die Straße gehen und weiter aktiv sein, jetzt auch nach dem Hungerstreik, aber ich würde mich dann eher in andere Richtungen weiter radikalisieren, wenn das noch irgendwie möglich ist und nicht nochmal in den Hungerstreik treten. Dieses Mittel-Hungerstreik, das darf halt einfach nicht in unserer Gesellschaft als etwas angewandt werden, was jetzt einfach regelmäßig genutzt wird. Finde ich voll gut und wichtig, dass du das sagst. Dass ein Hungerstreik etwas ist, was man auf keinen Fall nachmachen sollte, hat man, glaube ich, jetzt nochmal deutlicher verstanden. Vielen Dank erst noch für deine Zeit, ich weiß noch, du musst da hin, aber wir sprechen ja nachher nochmal nach der Praxis, glaube ich. Also bis später. Dann, bis später. Ich habe noch einige Fragen zur Protestform Hungerstreik. Dafür habe ich ein paar Fragen an den Protestforscher Dieter Rucht gestellt und die werden wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Protestaktion der AktivistInnen einordnet. Der Hungerstreik ist eine Protestform, bei der man nicht andere attackiert, sondern sich selbst leicht zufindet. Ich kann die subjektive Verzweiflung durchaus verstehen und ernst nehmen. Aber ich kann nicht den dramatischen Gestus gutheißen, bei dem es jetzt auf wenige Tage ankommen soll. Erst wenn alle Mittel des täglichen Protestes und zivilen Ungehorsams erfolglos ausgeschöpft sind, wären für mich Verzweiflungsaktionen, wie der aktuelle Hungerstreik, wirklich verständlich. Ich fand es sehr interessant, was er gesagt hat. Jetzt gehe ich zurück ins Camp, denn da wird schon die Pressekonferenz aufgebaut. Und ich würde sagen, wir schauen mal zu. Das hier ist die Pressekonferenz und das Abschlussevent derjenigen Hungerstreikenden, die sie gestern verkündet haben, den Hungerstreik zu beenden. Die Politik wird es nicht mehr reißen. Sie wird uns nicht retten. Und diese Erkenntnis ist nicht neu. Ich finde, man sieht und spürt hier auch nochmal, dass das, glaube ich, schon eine sehr, sehr intensive Zeit hier in diesem Camp für die Hungerstreikenden war. Und auch für Hannah, die da auch schon wieder Interviews gibt vorne. Hi. Hi. Was ist euch jetzt gerade? Weil ich hätte jetzt Zeit. Ja, perfekt. Was würdest du jetzt sagen, auch mit der Pressekonferenz, die jetzt gelaufen ist, hat sich das Ganze gelohnt? Und ja, ich glaube schon. Mit so einer Reichweite zu Widerstand und Ungehorsam uns aufzurufen, finde ich schon ziemlich eine krasse Sache eigentlich, wenn ich es mir überlege. Drittes Interview am Spielen jetzt. Ja. Und mein erstes auf Englisch. Wie war es jetzt für dich? Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, muss ich sagen. Also ich gewöhne mich auch irgendwie mittlerweile dran, ständig vor Kameras zu reden und so. Hattest du zwischendrin Zweifel? Auf jeden Fall. Vor allem so in den ersten zwei Wochen, als es mir allzu schlecht ging, habe ich echt viel gezweifelt an der ganzen Sache. Aber das war halt vor allem so in diesen Tiefs. Bereust du das? Nee. Also, gar nicht. Also, trotz allem, was ich auf mich genommen habe, bin ich echt froh, dass ich das gemacht habe. Hanna, wie ist es bei dir? Es gibt auf jeden Fall Sachen, die nicht gut gelaufen sind und wo ich mir gewünscht hätte, dass sie anders gelaufen wären und so. Aber ich würde nicht sagen, dass ich die ganze Sache bereue. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns heute Mütika gegeben habt, uns einen Einblick hier zu geben. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich zwischendrin jetzt ab. Ciao. Ich habe anfangs gesagt, dass es keine gewöhnliche Follow-me-Folge ist und deshalb endet die jetzt auch etwas ungewöhnlich. Ich bin wieder zurück in der Redaktion, das Video geht gleich online und ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht vom Drehtag im Camp bis jetzt. Henning hat seinen Hungerstreik mittlerweile beendet, lag danach zwei Tage auf der Intensivstation und ist immer noch im Krankenhaus. Olaf Scholz hat ein öffentliches Gespräch zugesichert. Klar, Aktivismus kann an die äußersten Grenzen gehen, aber ich finde, dass die Protestform Hungerstreik fürs Klima eine Grenze überschreitet. Ich kann es verstehen, dass die Klimaaktivistinnen diese Ohnmacht spüren, dass sie nicht gehört werden und dass sie für ihr Anliegen noch weiter kämpfen müssen. Aber es kann nicht sein, dass dieser Kampf auf der Intensivstation endet. Dafür leben wir immer noch in Deutschland und haben andere Protestformen, die wir wählen können. Es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Die Kommentare sind offen, schreibt es ein, ich werde alles lesen. Bitte sagt uns, was ihr dazu denkt. Hier gibt es noch ein weiteres Video von Follow Me. Da seht ihr Robin, der Jan-Lucas getroffen hat, der ist nach Syrien gegangen, um gegen den IS zu kämpfen. Das war seine Überzeugung. Und hier seht ihr ein Video dazu, wie real die Klimakrise ist. Das seht ihr bei unseren Kollegen von Y-Kollektiv. KollegInnen.